Norddeutscher Rundfunk 2021 Rundfunk 2021 Das Ballverlust Roberto Carlos Saljamić Das ist gut und das ist ein 3 zu 0, das gibt sich das, das schnellste Tor in der Geschichte der Jokys League, Bräumachheit ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 ARD Text im Auftrag des WDR Robben! Ein unfassbares Tor! 2 zu 3 im Moment der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League. ARD Text im Auftrag des WDR